moin moin und herzlich willkommen zurück zu terminator resistance so ich habe hier letztes noch fix gespeichert und wir sollen jetzt zum zu den alten dogs okay wie ein ladebildschirm der infiltrator ist wieder da kommander baron möchte persönlich sicherstellen dass wir ihn ein für alle mal aufhalten ich werde mich mit ihr an den docks treffen um unseren nächsten schritt zu besprechen ich würde jetzt auch gerne in dieser folge mal versuchen das habe ich ja komplett außer acht gelassen mal ein t800 mit einem nahkampf angriff zu töten also mit diesem messer davon haben wir ja ein paar glaube ich auch eine trophäe für you're still alive good apparently skynet's got a real hard on for you so we figure why not use you as bait aren't you afraid that skynet will bring a lot of firepower if they know we're both here afraid no prepared for that eventuality yes we've got eyes on the ambush site from every angle if anyone shows up it means they were listening what if it's one of our guys just a scavenger to bad we can't have anyone or anything sabotage our plan not this time this time we were very close once before for years we've been preparing for the final attack but it took just one man to fuck everything up that day Perry our previous field commander died and i inherited control of south division since then i've been making sure that no one fucks up again we've got movement take position what do you have a hundred man walking down the street might be a scavenger rivers you saw him is it the same model infiltrator i can't tell i think that might be it good enough for me she's got a fire fire target down i repeat target down check him eyes on target proceed with caution so for selber the falle get up what the fuck it's the target you can't get away fire it will ach du scheiße he's in the open it's in the open it's a fucking machine it's back against the wall we've got it now it's carrying a second generation plasma rifle it won't fucking die strike shoot hmm 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 Hä? Okay, damit kann ich nicht viel ausrichten Schade Das gibt's doch gar nicht Ich probiere es doch nochmal Das bringt nichts Ey, wie schnell das? Wie schnell das? Munition? Irgendwo hier? Nein Oh Verdeck Oh, ja Oh, schön Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott So, wenn er wieder nach rechts geht, schiebt sich mal auf die Gasflasche. Es ist drin! Wieso vibriert mein Controller? Ich bin alleine, das ist doch scheiße. Der schießt mit Violett. Aha. Moment. Moment. Habe ihn! Habe ich ihn nicht! Ja, das gebrannte Kind. Moment. Wir haben es endlich geschafft. Good job, Rivers. Stay da. We're on our way. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was haben wir hier? Der Infiltrator ist endlich gefallen. Sein Hyperlegierungskampf-Chassis war viel widerstandsfähiger als zuvor. Unsere Waffen konnten nichts dagegen ausrichten. Wenn wir es kaum mit einem von ihnen aufnehmen können, dann werden wir gegen eine ganze Armee keine Chance haben. Der wahre Grund dafür, weshalb der Infiltrator Skynets beste Waffe war, war jedoch seine Haut. Ja, Täuschung. Getäuscht! Das war's für heute, wir haben nicht gedacht. Und das Angst, nicht zu wissen, war das die Tide dieser Krieg war. Das Nacht, Skynet won. Ich habe noch ein paar Tests, so für heute, ich würde sagen, nein. Wir brauchen mehr Zeit, Connor. Ich weiß, dass du das nicht willst, Herr Kommander, aber wenn es eine Person gibt, kann uns helfen, ist es Dr. Mack. Mack. Wir wissen nicht, ob er ist alive. Er ist. Er ist in den Hollywood Hills. Wir wissen, dass ein Zeitpunkt kommen, wenn wir ihn wieder brauchen, also wir haben einen Augenblick auf ihn. Wait. Du hast ihn gesehen, ohne mich zu sagen? Du hast deine Emotionen clouded deine Juden vor, Kommander. Das ist das, warum ich entschieden, dass Mack's whereabouts waren nicht mehr your concern. Das ist Bullshit. Er kann nicht einfach mal fixieren, alle unsere Probleme. Er ist ein Mann, nicht ein Gott. Ein Mann, der macht Fehler. Das ist genug, Kommander. Du kennst das, was letzte Mal passiert. This time, he's the reason Perry's dead. Ich sagte, das ist genug. Sergeant Rivers? Yes, Sir. Techcom believes that being marked for termination is a badge of honor, a sign that we're doing something right. We wear it proudly. And knowing you're wearing such a badge, Rivers, is all I need to trust you with handling this mission. Commander Barron will fill you in on the details. Good luck, soldier. Over and out. Looks like you're going to Hollywood Hills. Dr. Edwin Mack is the one who taught us how to use Skynet's weapons, so there's a chance he can do it again. Take him that second generation plasma rifle and see if he's able to reprogram it. If we want to use Skynet's weapons, we need to bypass their encryption lockouts. How will I find him? He's obsessed with surveillance. So when you get there, look for any cameras, biometrics sensors or any other tech stuff. He should be around. That's it. Okay. I think I'll be in the next one. I'll be in the next one. I'll be in the next one. äh, Hecken voll so oh yes ich möchte das aber auch nutzen oh gut gehe ich erstmal verkauf hin Jacob, hast du einen Moment? natürlich ich habe gehört, dass du zu Hollywood-Hills gehst naja, mit Baron schreit so wie so, die ganze Schilder hörte er wollte ich dir sagen, ob ich etwas brauchte also hier ist es wenn du zu Hollywood-Hills sitzt da so, moin do you need anything? natürlich so so also die Schrot brauche ich nicht nochmal ein sacken zu verkaufen dann nehme ich lieber noch eine so eine Plasma äh, so ein Plasma-Gewehr mit so kauf ich noch was kauf ich noch was Wärmesuche in der Rakete die sucht also ihr Ziel selbst ist nehme ich mit und die verkaufe ich hier oder? oder? die behalte ich noch gut, dann brauche ich nochmal eine Werkbank ich muss gucken warte mal, du hattest keine zu verkaufen, oder? keine Granaten you need anything can i see your hardware ich muss gucken ob ich selbst basteln kann halt was soll's sooo wo war jetzt moment ah hier ryan wo geht's denn hier lang? ach so gesperrt ok ok mach laut please stop ah es kommt neher hier erst gut gut das muss ich alles noch äh mit Fertigkeitspunkten ausbauen gut nächste Trophäe sehr schön ich schwere ich würde einfach Skynet was ist mit den Tönen? eh sie haben immer so schon sind sie das Ding in gebracht dr dr mac ist der einzige der die Verschlüsselung von Skynet knacken kann damit wir die neuesten Skynet waffen nutzen können ich muss nach hollywood hills und ihm das plasma gewehr der zweiten generation bringen ok die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, komm schon. Du kriegst mich? Du bist hier жив? Keine Zeit für das. Mach was es braucht, um alle aus dieser ZDF zu holen. Entsteht ihr? Sie sind nicht sicher da. Was? Warum? Warum? Gott, verdammt! Was bedeutet er? Geh alle aus der ZDF? So, und das heißt, es steht wieder ein Überfall bevor. Ganz klasse. Oh, kaputt. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Das ist hier ein Schmuckladen. Oh. Gut. Das ist ein Schmuckladen. 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 Eine Prüfung? Für so einen Scheiß haben wir keine Zeit. Ein Buchladen? Die liegt hier einfach so rum! Feuer hat auch rote. Schaden 60. Feuerrate 500. Naja. Hä? Ah. Ok. Noch irgendwas Schönes? Da liegt hier einfach mal eine fette Wumme im Bücherregal. Auch nicht schlecht. So, eine Tür war hier noch. Und ein Schuhladen. Der darf ja nicht fehlen. Warte mal. Warte mal. Run. Warte mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, dann wollen wir mal sehen, was er hier für uns hat, für eine Prüfung. I'm not that easy to leave, fool. Ich hab' ich gar nicht gelesen, was er von mir wollte. Aha. Oh, hat er mich erwischt, hat er mich erwischt. Oh. 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 Vielen Dank.